Die Kanalisation. Schon wieder. Eigentlich wollt ihr ein paar Sünge. Aber da könnt ihr mich noch umgreifen. Drei Artefakte. Aha, er erinnert. Klopf, klopf, ich bin's. Scheiße, da drin. Komm, da los. Rückgewanderung. So, wie klappt das auch? Er ist wirklich hier vom Boinern. Wenn ich solche... Pass auf. Artefakt. Thomas. Seuchenresistent. Runen hab ich drei. Und die könnte man jetzt investieren in teleportieren. Na gut, bauen wir aus. So, da wird der Kanal eingegangen. Und die Rune... Was eben wollt, da unten. Komm runter. Jetzt krieg ich wieder durch den Kanal. Komm mal. Ne leidens schon von mir. Schläger. Schläger. Ruhig dir. Du bist der maskierte Kerl, der all die Lords und Ladies getötet hat. Du kommst hier nicht durch ohne den Kanalisationsschlüssel. Gibt nur einen Ort, wo du an den Schlüssel kommst und ich würde da nicht nochmal hingehen. Nicht für alles Gold im Dunwall Tower. Nicht nochmal. Vielleicht hättest du aber mehr Glück. Jemand hat uns in der Destillerie angegriffen. Mit den Ratten. Ich weiß, das klingt verrückt. Dann rannte es wieder in die Kanalisation. Wir kamen hier runter, um es zu töten. Slackjaw ging voraus. Lief schief. Die konnte gerade so entkommen. Weiß nicht, was mit Slackjaw ist. Er hatte den Kanalisationsschlüssel. Da Slackjaw. Den soll's wahrscheinlich, den muss ich finden. Erst Nebel. Dann Ratten. Ratten. Überall. Slackjaw jagte sie. Die wollen die Kanalisation. Und die Rune ist eben wohl da drüben. Aha. Der Schlüssel. Kil hungry Mädchen. Bước Hola, deine Jelse kickseller. Det ist Brot. Ich habe es noch nichtикаuerd. Wir sollen genau rücken. Den geh ich nicht um mich Achso natürlich Gute Haltladen So da unten schieb ich durch sie Ganz fröhlich Röder Die machen aber gut geworden Also auch da drinnen Nachte Fakt Toll Da habe ich ein paar Haltladen hinter den Code Den glaube ich natürlich nicht Au, komisch he Irgendwo schämt Runde Hurtig Warte mal Luft tanken Da meine Sau wieder ab Die Lager No Lager Ok Saktor Damit sind wir wieder in der frischen Luft Granaten Munition weiß ich gar nicht, ich mein so weit bollert ich gar nicht. So, da haben wir die Lumpengreifin und die doch so, ich muss da los. Hallo, ist da jemand, der diese verrückte Hexe töten kann? Ich kann dich reich machen! Ruhe jetzt, die Lumpengreifin muss... Oh nein, das tust du nicht. Ich werde dich töten und dein Herz zum Furchten verzehren. Oh, das ist ein Fehler. Amulette Lumpengreifin. Scheiße, der Stein sieht nicht aus wie sie. Aber was weiß ich nicht, dass sie jung war. Daraus zieht sie ihre Kraft. Wirf ihn in den Ofen. Du schaust ihn aus mit Dorster. Ich töte dich wie all die anderen. Wo ist das Problem? Das will ich nicht finden. Oh! Oh! Gern nico! Jetzt wird er wahrscheinlich gleich hier sein, ja? Wobei? Gern nico! Es klappt am besten, wenn ich dich bei der wendige Bleibe koche. Willst du gleich in den Topf springen geliehen? Die Lumpengreifin geh du, Luder! Was ist denn hier? Lass mich in Ruhe zu! Nein, weg mit euch! So, wo ist denn bitte Lumpengreifin? Hört diese Amulette drin? Ich bleibe. Du kannst mich nicht töten. Aber ich will dich töten. Lumpengreifin, ha? Das ist noch nico. Kein Rindpick wie die, die Stehken umbringen! Das ist noch nico! Kein Rindpick wie die, die Stehken umbringen! Pass auf! Wo ist denn? Haben wir heute's? Au! Ich hab auch nicht gegnert! Moment! Da ist's! Ah, das ist jetzt rennlich! Ah, ah, ah! So, haben wir noch Goodies? Die Melde, die Mermit! Braut die nicht mehr! Was ist denn? Was ist denn? Ich bleibe! Du kannst mich nicht töten, aber ich dich töten! Der Rücklauf! Wir halten, wir hoffen hier! Sie kommen und gehen so wie ich will! Ah, ah, ah! Wo ist das Problem? Kannst du mich nicht finden? Gut! Ja, was haben wir noch? Eine Rune! Gibt dir Gott gut! Du entdeckst immer so interessante Orte, Corvo! Den überschwemmten Ruinen entronnen und dann wieder zurück zum Pub, wo du Emily zum letzten Mal saßt! Wo ist sie jetzt? Wie fühlt es sich an? Betrogen von deinen Verbündeten! Merkwürdig, wie man immer wieder ein Stückchen Unschutt verlieren kann! Und Daud? Du hast gerade den größten Attentäter der Welt getötet! Aus Liebe zur Kaiserin oder zu Emily? Oder war es das Urverlangen, dich über andere Männer zu erheben? Weißt du selbst den Grund? Weißt du selbst den Grund? Du wirst sterben! Und ich werde ruhen in deinen Knochenritzen! Oh, die roten können wir! Bumm, bin gut! Die Lumpengräfin kommen hierher um! Ja, jetzt sind wir beim Kanalisationstour! Sausse! Den Küche habe ich ja! Und eine Pause habe ich immer noch nicht gemacht! Könnte ich wieder zuhören! Aber da hinten! Komm mal doch noch in die Pause! Hallo Weiner! Oh Gott! Boah! Jetzt ist der Dive los! Ja, dann nimm ich halt! Granaten! Ich glaube das! Diese Brut! Ich werde mir wahrscheinlich bald die Heilung ausgehen! Und trat mir noch nicht! Blöderweise! Blöderweise! Herzlichen Glück werden! Aber hier gibt es noch! Aber hier gibt es noch! Das ist wirklich toll! Der Ausgang, kommt ja mal. Einen Rottenspieße wohl. Den brauche ich, zur guten Verdauung. Blood from the eyes. Da gibt es noch Münzen. Und eine Rune, scheiße, habe ich übersehen. Schaltreff. Da gehen wir hin. Okay Freunde, da ist er, der Ausgang. Hm. Okay. 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 Okay.